Was passt zu wem? Zu der Sache. Ah, okay. Das passt ganz gut. Jussi, ist das okay? Weil der hat keinen Zock. Jeder Fährige kann das aufbauen. Und wir brauchen eine halbe Stunde dafür. Das stimmt doch nicht! Das stimmt nicht! Marvin, kannst du uns hier ein bisschen helfen beim Aufbauen? Der Mann hinter der Kamera. Er schwang da dabei, ja? Also Leute, wir haben es hinbekommen dank Marvin. Der uns hier ein YouTube-Video gezeigt hat. Drei, zwei, eins, ja! Oh, oh, oh! Jussi, Jussi, Jussi! Jussi! Hey! 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 Was ist das? Komm, mach! Warte, warte, warte! Mühli, das darfst du dann machen! Mach! Was, mehr? Ne, mehr, mehr, mehr! Ne, nicht! Schmeckt doch! Jetzt kriegst du gleich irgendwie. Mühli! Dann komm mal, komm! Das ist schwer! Das geht eigentlich nach oben. Das ist so wahnsinnig, Alter! Komm, meine Endgarten! Ja, klasse! Jawoll, Junge! Revont sofort! Also, meine Damen und Herren, Jussi hat gerade geweint, weil er unbedingt eine Revanche wollte, nachdem er die Schlagsahne aus der Nase gepopelt hat. Und jetzt kommt Teil zwei. Also, drei, zwei, eins, go! Nein! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Sovopo ist noch zugeschlagen! Er hat die Revanche! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Können wir da einfach noch rein? Rein den Lachs! Ne? Wäre ich mal lieber bei mir links zu geben. Alles klar, Leute, das war's! 1 zu 1! Dann müssen wir letzte machen. Fier! Letzte und... Leute, wollt ihr nochmal ein 10? Ja, okay. Wir müssen hier rausfinden, der ist der Beste. Okay! Oh! 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 3 2 1 Oh! Nein! Nein! Yes! Wunder des Ding! Drauf und ins Gesicht! Dann los! Ah! 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 Mit den Bildern verabschieden wir uns! Jungs, haut rein! Scheiße, das ist gecheatet der Seite! Wir sehen uns! Ciao!